Willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go und das ist das erste Mal jetzt, dass ihr mich so seht, wie ich jetzt aussehe. Aber ich finde, wenn die Brille auf ist, sieht man gar nicht so einen großen Unterschied. Das Problem ist nur, wenn die Brille ab ist und dann sieht man einfach aus wie ein Stück Hoden. Aber deswegen nehmen wir die Brille wieder an. Der Maurice Bier hat mir auch geschrieben. Der heißt nicht nur Bier mit Nachnamen, der hat auch ein gelbes Nachrichtenfenster. Das sieht auf jeden Fall richtig heftig aus, aber Bier um diese Uhrzeit ist auf jeden Fall nicht gesund. Es ist nämlich gerade genau Punkt 3 Uhr und ich nehme jetzt schon mal fix das Video auf für Freitag. Samstag gibt es ja dann einen kurzen Livestream zum C-Day mit den Freundschaftsaufstiegen. Und Sonntag seht ihr dann das C-Day-Komplett-Video, wie ich unterwegs war, wie viel Hornlius es gab, wer so mitgelaufen ist oder wie auch immer. Wir haben auf jeden Fall jetzt drei Artikel rausgesucht. Das Go-Fest rückt ja immer näher, ihr wisst Bescheid. Wir haben jetzt hier einmal Victini und Mega-Entwicklungen bestätigt. Wir haben fünf Go-Fest-Habitate, unsere Erwartungen. Und wir haben die Mega-Entwicklung in Pokémon Go. Nochmal speziell dazu. Wir wollen jetzt mal ganz kurz hier reinschauen, was es da gibt. Das mysteriöse Pokémon Victini, welches den Spielern zum Sieg verhelfen soll, wird das mysteriöse Pokémon des Go-Fest 2020 sein. Alle haben gesagt, hier, Scheimin kommt, das Meerschweinchen. Jetzt also doch nicht, obwohl das sinnvoll gewesen wäre, weil das ja irgendwie zwei Formen hat. Und es ja zwei Spezialforschungen gibt. Jetzt hauen sie Victini rein, obwohl sie zwei Spezialforschungen haben. Vielleicht gibt es den ersten Tag das Pokémon, beim zweiten Mal nochmal fett Bonbons dazu. Oder uns erwartet halt in einer Forschung irgendwas ganz Cooles. Jeder kriegt ein Shiny Despot da mit Steinkante und Katapult hinterhergeworfen. Nein, wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. Victini ist das mysteriöse Pokémon, das steht fest. Ist ja noch vor Serpifoi im Pokédex. Erreicht maximal 3.265. Obwohl das so eine kleine Wurst ist, also das überrascht mich selber. Und dann ist noch was aufgekreuzt hier mit den Mega-Entwicklungen. Steht nochmal erklärt, welche Pokémon alle Mega-Entwicklungen haben können. Ist eine Liste da. Sonstige Ankündigungen. Jaja, da ist der Artikel auch schon zu Ende. Das also jetzt gar nicht so interessant. Nur mal die Bestätigung. Victini ist das Pokémon. Deswegen können wir das jetzt zumachen. Wenn auf die Mega-Entwicklungen kommen, wir hier dann noch zu sprechen. Da wir hier eine Übersicht haben. Und nicht nur mit Namen, sondern auch mit Aussehen. Und hier seht ihr jedes Pokémon in der Mega-Entwicklung. 46 Stück. Und das wollen wir uns dann in Ruhe reinziehen. Jetzt aber erst nochmal, weil es auch von Go-Games ist. 5 Go-Fest-Habitate, unsere Erwartungen. Ihr wisst ja, stündlich wechselt das Habitat. 5 Habitate gibt es. 10 Stunden an dem einen Tag, 10 Stunden an dem anderen. Was für Habitate es gibt, sehen wir nochmal hier. Und was sie denken, was da für Pokémon erscheinen werden. Und wir gucken jetzt mal die einzelnen Habitate durch. Was davon also interessant ist und was nicht so interessant ist. Pflanze. Das Habitat zum Thema Pflanze ist recht eindeutig zu definieren. Da es Pokémon umfasst, die dem Typ Pflanze angehören. Da bei einem Go-Fest in der Regel nur Basisformen eines Pokémons erscheinen, reduziert sich die Anzahl der möglichen Pokémon erfolgende. Tangeela. Finde ich cool, ja. Endiviel, Sonnenkern, Gekabor, Samurzel, Knilz. Eigentlich auch cool, vor allem auch mit der Weiterentwicklung, die ja trotzdem auch ein guter, starker Kampfangreifer ist. Nicht nur Pflanze. Also ist ein guter Pflanzenangreifer und auch Kampfangreifer. Tuska, Shellast, Kikugi. Kikugi, was ja auch eigentlich seltener ist. Könnt ihr trotzdem wild fangen und aus Eiern bekommen. Aber Kikugi dürfte vielleicht sogar einigen noch fehlen. Oder vielleicht, wenn man das in den Lucky Decks aufnehmen möchte, ist das schön, sich da tausend Stück zu farmen und dann einfach mal zu tauschen. Serpifoi, Knofensa, Mirapla, Bisazam, Owei, Alolakogowai. Das wäre natürlich auch noch cool als Shiny. Genauso wie das Owei als Shiny. Hopspruss, Schneebedeck, Tarnpignon, Castadur. Ist auch eins der selteneren. Aber gab es ja jetzt auch im Forschungsdurchbruch. Paras Lilie. Also es sind ein paar coole Sachen bei Pflanze dabei, aber ich wüsste nicht, auf was ich mich jetzt da großartig freuen soll. Insgesamt also 21 mögliche Pokémon. Ohne bisher unveröffentlichte regionale oder legendäre. Von diesen Pokémon wurden Kikugi, Mirapla und Alolakogowai bereits auf den Titelbildern bestätigt. Wir gehen davon aus, dass vorwiegend Pokémon mit Shiny-Potenzial erscheinen. Doch es ist nicht auszuschließen, dass auch Pokémon erscheinen, deren schillernde Variante noch nicht im Spiel ist. Ja, so wie Hopspruss. Dann Feuer. Was haben wir denn bei Feuer? Das sieht die Liste kleiner aus. Ist recht klar definiert. So, Glumanda. Die Seaday-Pokémon sind eigentlich sowieso... Ja gut, außer die, die jetzt erst angefangen haben, die ganzen Seadays verpasst und müssen noch einiges nachholen. Glumanda, Vulbix, Vulcano, Ponita, Magma, Feurigel, Schneckmack, Flemmli, Panflam, Floing, Flampion. Flampion? Flampion? Du wirst doch das... Flampion ist auf jeden Fall cool. Das müssen wir mitnehmen. Äh, Alola, Knocker, Kamaub. War ja jetzt erst die Spotlightstunde. Hunduster, Lichtl. Also Flampion und Lichtl sind wahrscheinlich hier die Highlights, wenn die kommen würden. Von diesem Pokémon ist bisher lediglich Glumanda durch das Glurak auf dem Titelbild bestätigt. Aber Flampion und Lichtl wären natürlich heftig. Wasser? Oh mein Gott, da hört die Liste gar nicht mehr auf. Mh, 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 mh. So, Shiggy, Enton, Quapsel, Jorob, Muschers, Krapi, Seba, Goldini, Sterndur, Carbador, Schillernes Carbador, Rodus Garados. Für viele das Highlight, sowieso. Kanimani, Remorite, Hydropi, Weilmar, Grebskorps, Barschwa, Perlu, Plinfa, Barmelin, Phineon. Auch eins der selten, selteneren mit. Also es gibt seltenere, aber Phineon findet man sonst auch eher selten. Otaro, Schallquab, Mammolita. Ach ne, das ist ja wieder das Hässliche. Tentara, Fleckmon, Lapras. Schön schillerndes Lapras-Gönnen, das wär's natürlich. Lapras auch einfach cooles Pokémon. Lampi, Felino, Baldorfisch, Mantax, Loturzel, Winkul, Kanivania, Schmerbe, Galapaflos. Das auch selten. Ich glaub, ich hab bisher nur einmal eins aus nem Zehnei gebrütet. Sonst nichts. Ich müsste da wieder tausend Sonderbonbons reinpropfen, dass ich das überhaupt entwickeln kann. Da würde ich mir auf jeden Fall gerne noch ein paar gönnen. Amonitas, Kabuto, Gehweyer, Seemobs. So, von diesen ist bisher nur Lampi auf dem Titelbild bestätigt worden. Hm, aber viele davon können shiny sein, genau. Freundschaft. Unter Freundschaft konnte ich mir gar nichts vorstellen. Hab ich überhaupt gar keine Ahnung gehabt, was das sein soll. Bietet einigen in der Peritationsspielraum. Warum da nicht genau klar ist, was so ein Begriff der Freundschaft ist. In der Hauptserie gibt es bestimmte Entwicklungen, die sich durch Zuneigung Freundschaft entwickeln. Was meist jedoch Baby-Pokémon sind. Sofern ein Baby-Pokémon oder ein anderes Pokémon innerhalb einer Entwicklungsreihe sich also durch Freundschaft entwickelt, haben wir dies hier aufgeführt. Zubart! Wer möchte nicht? Zubart, ne? Ossi Osborn und die Fledermaus. Die haben auf jeden Fall eine sehr enge Freundschaft gehabt. Oder würdet ihr nicht eurem besten Freund den Kopf abbeißen? Alola Mauzi. Oder ist gerade ein Pantimimi gebrütet? Das ist aber schön. Ich muss aber mal fix noch ein anderes Ei reintun. Ne? Einfach mal so nebenbei. Charnera ist auf jeden Fall cool. Immer schön. Hytera in die Arena reigen und die Leute nerven. Evoli, Pikachu. Also ich würde es ja wieder feiern, wenn Evoli und Pikachu zurückkommen. Aber bitte nicht mit Blumenkranz. Obwohl ein paar Evoli mit Blumenkranz wäre natürlich auch noch interessant. Aber vielleicht plötzlich mit einer ganz neuen Kopfbedeckung weltweit. Und du kannst sie dann fangen mit irgendwas. Ich weiß nicht mit was, aber mit irgendwas auf jeden Fall. Pipi, Pummelov, Toggetik. Joa, Toggetik. Wildes Toggetik. Auch sehr fein. Auch gut natürlich. Toggetikis für die Hyperliga, für die Meisterliga. Merrill, Roselia, Hasperoah. Palim, Palim. Gibt auf jeden Fall mächtig Sternstaub, wenn ihr da ein paar fangt. Das ist auf jeden Fall richtig genial. Relaxo. Shiny Relaxo. Wir fragen uns alle. Lucario. Bruder, Lucario. Wildes Riolu. Das wär's doch. Und vor allem das Gelbe. Ist auch richtig nice. Das bitte wild und dann drehen alle durch. Flecknoil. Joa, war ja auch schon im Feldforschungsdurchbruch. Gab's letztens doch, aber auch erst wild zu fangen, oder? Eine Zeit lang in dem einen Event. Von diesem Pokémon wurden bereits Evoli, Pikachu, Pummelov und Relaxo durch die Titelbilder bestätigt. Lucario konnte bislang noch nie in Pokémon Go wild erscheinen. Doch für das Go-Fest werden immer wieder Ausnahmen gemacht. Und dann haben wir noch Kampf. Da sind auch nochmal ein paar da. In der Go-Battle League. Ja, okay. Dann haben wir auf jeden Fall Kaumalad. Was ja auch auf dem Titelbild war. Kaumalad. Alle drehen durch. Jeder will Kaumalad haben. Warblue. Dieser Unterschied. Von Kaumalad zu Warblue. Flunschlik, Galaflunschlik, Schilderus. Cool. Bummels, Machollo. Cool. Zurokex. Heftig auf jeden Fall. Panzer Eron, Mediti, Zobiris, Galamauzi. Dratini. Wer braucht nicht immer noch so einen schönen rosanen Wurm? Ne? Ich hab damals beim Seedain nur einen bekommen. Musste mir die anderen zwei tauschen. Hab irgendwann mal eins gebrütet. Ein Shiny Dratini. Aber würde gern auch noch eins wild fangen. Nebulak, Meltan, Meltan. Wilde Meltan beim Go-Face. Obwohl das ist ja eigentlich nichts Besonderes. Die könnt ihr ja jederzeit aus einer Kiste bekommen, wenn ihr eine Switch habt. Pipi, Alolaslimer, Trassler, Galazickzacks, Schlurp. Dreh der Isbo wieder durch. Tarnel. Quiekel. Rihorn. Magnetilo. Lavitar. Rotomurf. Also die letzten sind eigentlich alle richtig heftig, weil die einfach richtig starke Weiterentwicklungen haben. Tarnel. Quiekel. Rihorn. Magnetilo. Lavitar. Rotomurf. Dieser Mix aus starken Angreifern für Raids und Trainerkämpfe könnte also eventuell auftauchen. Wir haben uns dabei an den Ranglisten der einzelnen Ligen innerhalb der Go-Battle League orientiert, sowie gängiger Raid-Angreifer bedient. Boom. Bestätigt ist lediglich kaum Alad. Einschätzungen zum stündlichen Wechsel. Mhm. Joa, da könnt ihr euch konzentrieren. Ihr könnt eine Stunde spielen, wenn was Cooles da ist. Und wenn euch was nicht interessiert, könnt ihr eine Stunde Pause machen, sozusagen. Äh, Fazit. Gut. Brauchen wir uns jetzt eigentlich nicht angucken. Lasst es einfach mal so auf euch gehen. Ihr könnt ja mal gucken, welches von diesen Habitaten feiert ihr am liebsten. Was ist euer Lieblingshabitat? Pflanze, Feuer, Wasser, Freundschaft oder Kampf? Und was denkt ihr, wird das so ähnlich kommen? Oder denkt ihr, manche Sachen sind komplett ausgeschlossen? Wilde, wilde Lucario. Ich glaube, das wäre einfach zu heftig. Sowas können sie nicht machen. Und jetzt haben wir hier auch noch von Poggefans diese Seite mit den Mega-Entwicklungen. Wir sparen uns das aber mal, was eine Mega-Entwicklung ist. Und gucken uns die einfach nur mal an. Kann man da, wenn man da drauf drückt, sind die dann groß? Und kann man dann weiter drücken? Auf jeden Fall hier Mega-Bisa-Flor. Boah, ihr seht ja, das hat einfach eine richtig heftige Pflanze dann auf dem Rücken. Wir werden jetzt nicht jedes anklicken, aber mal kurz so rein. Hier Mega-Glurak X. Es ist plötzlich grau-blau und hat hier Schimmel am Mund. Sieht aber trotzdem auf jeden Fall interessant aus. Mega-Glurak Y, das hat wenigstens seine Farbe beibehalten. Hat hier ganz spitzen Kopfspitze. Hörner hier überall nochmal Flugschweifz dran. Schweifz. Der Schwanz brennt auch noch mehr. Hier Mega-Turtog. Nochmal eine fette Kanone drauf. Mega-Bibor, was einfach noch gefährlicher und heftiger aussieht. Mega-Tau-Boss. Das sieht auf jeden Fall cool aus, weil das plötzlich auch so bunt ist. Hier diese blauen Aspekte an den Flügeln. Dieses Rosane hier dabei. Finde ich sehr schön gemacht. Mega-Simsala. Das ist auf jeden Fall so genial. Dieser Zen-Meister, der dann ankommt, in der Luft schwebt, seine Füßchen zusammenhält und Löffel über sich drüber balanciert. Also das ist so eine coole Mega-Entwicklung. Lamos. Gut, er hängt dann in seiner Muschel rum. Mega-Gengar. Wo alle unbedingt wollten, dass das weiß ist. Einfach so. Also das Shiny-Gengar weiß sein sollte. Aber die Mega-Entwicklung. Wisst ihr ja, wenn die Mega-Entwicklung shiny ist, ist die ja dann weiß. Aber bis es so weit kommt. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall auch richtig heftig. Guckt euch das an, wie gefährlich und wie böse das guckt. Einfach nur ein richtig geniales Pokémon. Beim Kangama, da schlüpft das Kind dann aus dem Beutel raus und rennt dort rum. Dann habt ihr hier Mega-Pinsir. Das fliegt plötzlich. Und dieser übelste Psycho-Blick einfach nur auch mega heftig. Mega-Garados sieht eigentlich so ähnlich aus. Ist dann nur ein bisschen buschiger. Mega-Aerodaktyl. Okay, das hat... Weiß ich, das sieht plötzlich ultra hässlich aus. Das sieht aus, als wäre jetzt plötzlich einen alten Ziegenbart. Und das sieht aus, als wäre es der Opa vom Aerodaktyl. Mewtwo lassen wir aber beide weg. Die finde ich beide total hässlich und nicht schön, auf jeden Fall. Mega-Ampharos mit seiner Mähne auf einmal und seinem Schwänzchen. Ist auf jeden Fall... Das ist das Weibliche, sieht man ja an den langen, blonden Haaren. Nein, aber das sieht auch auf jeden Fall cool aus. Dann Stahlos. Ja... Bin ich mal gespannt, auf was so ein Stahlos dann kommt. Weil das normale Stahlos habe ich gleich hochgepowert, als ich einen 98er hatte. Und war dann so enttäuscht, dass das so niedrige WP nur erreicht. Mega-Stahlos. Setzt nochmal ein bisschen was drauf. Sieht nochmal brutaler aus hier. Diese einzelnen Magnetstreifen, die da drin sind. Magnetfelder, wenn das welche sind. Mega-Sherox. Hat halt gefährlichere Scheren. Sieht dann aus wie Mega-Man. Mega-Scaraborn. Jo, was geht ab? Ich bin plötzlich klein und dick. Ja gut, war ich... Na, vorher sah das elegant aus. Aber so, weiß ich nicht. Mega-Hundemon. Der sieht auf jeden Fall edel aus. Das sieht aus wie ein legendärer Hund. Das könnte sich zu Entei stellen und sein Bruder sein. Mega-Despo da. Irgendwo ein bisschen übertrieben, weil so viel Gefummel da hinten weg geht. Aber irgendwie trotzdem auch mächtig. Vor allem dieser Bauch. Diese... Diese roten Felder. Was aussieht wie nochmal ein Gesicht, was der auf dem Bauch hat. Das hat es auch richtig cool. Äh... Okay, Valdro, Lokok. Lassen wir mal weg. Finde ich jetzt hässlich. Mega-Sumpex. Das finde ich aber cool. Weil das einfach aussieht wie übelst der Wrestler. Richtig fette Arme. Alles dazu. Mega-Gado-Boah. Würde der Tobi sich jetzt freuen. Ich nicht. Mega-Zubiris. Dass sein... Dass ein Diamant als Schutzschild vor sich trägt. Das ist auf jeden Fall auch cool. Und dass die Augen nochmal so richtig diamantig sind. Mega-Flung-Kiefer. Endlich kann man Flung-Kiefer entwickeln. Bruder. Und vor allem, wenn ihr die alle als Shiny habt. Und dann auch noch so entwickeln können. Wir hätten uns die... Es gibt ja auch eine Liste, wo alle Shiny-Mega-Entwicklungen drauf sind. Nee, das war ein Video. Das hat der Kotbrot heute gepostet. Hier Mega-Stolos. Nochmal ein bisschen dicker. Schwanz ist da geblieben. Fertig. Mega-Meditalis. Na gut, das sah vorher Mist aus. Sieht jetzt immer noch Mist aus. Voltenso komisch. Toheido geht so. Mega-Kamerupt. Mega-Altaria. Mega-Banett. Ist ganz nett. Hat überall hier Münder. Reißverschlüsse. Wo trotzdem noch mal Arme rauskommen. Mega-Absol. Hat auch einfach mehr Haare. Hat wohl das Pony, was im Gesicht hängt. Mega-Fernondor. Das sieht aber cool aus. Finde ich. Schreibt einfach mal eure Meinung rein. Mega-Bruder Landa hier. Einfach eine Sichel, die am... Eine Sichel, die in der Gegend rumfliegt. Ich bin jetzt ein Raumschiff. Ich habe keinen Bock mehr. Tschüss. Findet ihr das cool? Mega-Bruder Landa. Mega-Meta-Gross. Fand ich so heftig. Auch als Shiny. Aber ich finde die Mega-Entwicklung... Ist ein bisschen too much. Ich fand, als es gelaufen ist wie eine Spinne, sah das cool aus. Jetzt die Mega-Entwicklung feiere ich nicht so. Hier, das raffe ich gar nicht. Mega-Latias. Okay. Mega-Latios. Okay. Wieso... Ist das Rote und das Blaue plötzlich beide lila? Verstehe ich nicht. Mega-Raiquaza. Der sieht auf jeden Fall interessant aus. Und nochmal gefährlicher. Alles, was der da um die Schnauze rum hat. Richtig brutal. Mega-Schlappohr. Wer braucht sowas denn? Einfach nur... Ja. Haben die Kinder wieder gespielt, ne? Mega-Knackrack. Hui. Plötzlich kann ich Rasen mähen. Also mit meiner Sense. Doppelt. Mit meiner Doppelsense, die ich am Start habe. Mega-Lucario. Finde ich auch... Weiß ich nicht. Ich glaube, das normale Lucario... Das sah cool und edel aus. Das hätte gereicht. Das ist einfach noch ein bisschen vollgepackter, aber... Mega-Rex-Blizzard. Das ist doch was. Jetzt ist es hier... Zack. Sieht aus wie ein X. Wie ein Kreuz. Jetzt sieht es nochmal aus wie eine Schneeflogge. Eine dicke, böse, aggressive Schneeflogge. Das finde ich wieder cool. Mega-Ordoch. Gucken wir uns nochmal an. Wird plötzlich weiß. Vielleicht ist es ja seekrank. Mega-Dian-C. Kenne ich auf jeden Fall überhaupt gar nicht. Ist wahrscheinlich auch noch nicht im Spiel. Na, ist nicht im Spiel. Nicht wahrscheinlich, sondern... Ist auf jeden Fall nicht im Spiel. Deswegen... Und hier haben wir noch zwei Sachen. Die Protomorphose. Die Protomorphose ist eine urzeitliche Form der Mega-Entwicklung. Sie spielt eine große Rolle in Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir. Nur Kyogre und Groudon sind in der Lage, die Protomorphose durchzuführen. Und dann habt ihr hier natürlich auch ein Proto-Kyogre. Das ist halt wirklich einfach... Ja, das ist das normale Kyogre hier unten. Chillig. Und dann wird da einfach so ein Prototyp draus gebaut, der irgendwie aussieht wie ein halber Cyborg. Oder wie ein Kyogre aus der Zukunft. Hat aber was, weil das Design trotzdem irgendwo ähnlich ist. Und nur noch ein bisschen mehr verziert. Und auch das Groudon. Was halt einfach jetzt noch mehr... Ja, diese Lava-Eindrücke hat. Oder aussieht, als würde es mit Energie durchgepumpt werden. Finde ich also trotzdem cool. Groudon und Kyogre, wie auch immer. Von den anderen hier. Ich habe euch mal die drauf gemacht, die ich schön fand, die ich cool fand. Die mir besonders gut gefallen haben. Also wie gesagt... Mega-Simsala, immer noch heftig und so. Schreibt ihr mal rein. Freut ihr euch auf die Mega-Entwicklungen natürlich. Was ist euer Favorit? Was ist euer Lieblings-Pokémon in der Mega-Entwicklung? Wie findet ihr so ein Mega-Brutalander? Ist das noch cool und gefährlich? Oder sieht das dann einfach nur noch billig aus? Wer braucht schon Mega-Schlappohr? Schreibt es mal rein. Was sind eure Lieblings-Habitate? Auf was freut ihr euch am meisten? Und welches ist eure Lieblings-Mega-Entwicklung von dieser Liste? Von diesen 47 Pokémon? Waren das überhaupt schon 47? Vielleicht sind das auch nur ein paar. Keine Ahnung. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns morgen wieder, wenn wir im Livestream die Freundschafts... Genau, die Freundschaftsaufstiege machen am Sea-Day. Bis dahin. Viel Spaß. Spielt weiter Pokémon Go. Und das war es von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Euer Ramses. Holufens. Das war dieg nghnote.